Jo, willkommen im Rainbow Witch Hideout. Ich bin ja gerade in einem Ordner mit meiner ganzen alten Mucke und ich klicke jetzt hier einfach mal random irgendwas an. Und guck mal wie lange das dauert, bis ich irgendwas sage, was nicht nett ist. Wie wär's mit dem hier? Ich kenne den Bied, ich kenne die Tensis VBT 2013 Quali. Nutte, was geht ab? Ich bin ja mit Geistern, da greifst du so ein Stopp.